Oh, Altitude. Wir durchstoßen die Atmosphäre. Bremsen! Nein, Bremsen ist was für Feiglinge. Oh, fuck. Der Boden? Das ging jetzt aber schnell. Noch fliegen wir. Er hat nicht registriert, dass ich mit 300 kmh im Boden eingeschlagen bin. Nicht fliegen wir nicht den Kopf über. Äh, jetzt nicht mehr. Gut, dass du Beifahrer bist. Aber wir fliegen jetzt ein bisschen dorthin, wo Sonnenlicht ist, damit wir aussteigen, wenn wir aussteigen, auch was sehen können, okay? Kann ja Stunden dauern. Ah, nee, das geht jetzt gar nicht. Plot. Totally. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Hard vom Saber ist besser als das Hard von der Cutlass. Da vorne geht die Sonne auf. Ah, ist das ein geiles Spiel. Guck, da vorne geht die Sonne auf. Siehst du das auch? Ich bleibe jetzt gar nichts verstanden, weil er mein Rechner eingefahren gewesen ist. Okay, wir sind schon fast da. Läuft dein Rechner? Ja, sehe ich schon. Ja, läuft. Gut. Gehe ich jetzt hier irgendwo runter? Ich habe hier eine Blackbox gefunden. Spiel mal ab. Der letzte Eintrag war, Bremsen ist was für Feiglinge. Ah, Landing Gear wäre nicht schlecht, ne? Ah. Nicht überschätzt. Ich glaube, wir sind geladen. Na doch nicht. Felsen! Felsen! Ah, da ist ein Felsen. Warte, warte, wir stehen schief. Das ist eine Landefläche. Ich glaube, hier müsste es dann gehen. Wir sind in einer Depression. Die Current Altitude ist minus 27. Wir sind gelandet. Mal alles auszuschalten. Äh, Power off. Okay. Steigen. Exit. Kannst du? Da kommt er. Da müsste es theoretisch mit den Frames besser sein, weil... Nein, nein, es ist das Problem jetzt anscheinend mit dem PC. Also... Ja, bei Städte sind wir auch 100% dazwischen. Warum auch immer. Da rechts ist übrigens der Schalter für die Tür. Ja. Willkommen. Du bist das erste Mal, ob... Das erste Mal auf dem...